Moin Leute, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Vlog. Vlog Nummer 5 inzwischen. Und ja, ich habe das eben ganz mit meinem Handy gedreht. Hat nicht ganz so funktioniert. Wollte das eigentlich nicht so kommentieren, wie ich das wollte. Naja, egal, dann mache ich das eben hier mit der Webcam. Nächstes Mal wieder mit dem Handy. Hoffentlich muss ich noch iOS updaten, alles machen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Heute drei Themen. Ich mache das ganz schnell und kurz, weil erstens, ich muss für meine Klausur lernen. Zweitens, ich muss essen. Mein Essen steht hier nebenan schon fertig. Eben fertig gekocht. Deswegen ganz schnell drei Themen. Erstes Thema Dark Souls 2. Wie gesagt, Dark Souls 1 ist beendet. Ich habe Dark Souls 2 jetzt im Stream vor ein paar Tagen angespielt. Ich glaube vor zwei Tagen. Und ja, was haben wir gemacht? Mit Matsa Hatsu haben wir das schon ziemlich weit gespielt. Ungefähr sechs, sieben Stunden. Wir werden, oder ich werde das jetzt demnächst schneiden. Das heißt, jeden Tag wird gegen 18 Uhr irgendwie so ein Dark Souls, so eine halbe Stunde Dark Souls Part kommen. Und seid gespannt. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneiden werde. Ich wollte ja erstmal nur die Bosse und so machen. Jetzt aber, da sehr viele Anfragen kamen, die wollen das Ganze sehen, wegen Deathcounter und so. Ich werde gucken, die langweiligen Szenen versuche ich komplett rauszuschneiden. Aber seid einfach gespannt. Ab so morgen, übermorgen, jeden Tag, halbe Stunde wird rausgehauen. Zweites Thema, ob ich zum Tuber Day komme, wurde ich gefragt. Und zwar ist da, glaube ich, dieses Wochenende in Köln im Movie Park oder wo auch immer der Movie Park ist. Nein, werde ich nicht. Ich werde nämlich dieses Wochenende, wurde ich eingelangen zur RPC, zur Roleplay Convention. Und da werde ich sein. Wir bekommen da sogar einen Eigenstand in der Halle 4.2. Also, wenn ihr Roleplay-Fans seid oder so, oder allgemein, wenn ihr da in der Nähe wohnt, kommt vorbei. Wir werden in der Halle 4.2. Da wird so eine Zombie-Halle sein oder so. Wir bekommen da einen Eigenstand. Beziehungsweise, ihr seht einfach, ihr kennt dieses Mokka-Logo, ne? Dieses grüne Menschen mit der Russenkapuze, sag ich mal. Wenn ihr das Plakat seht oder so, kommt einfach da hin. Wird geil. Also, ich würde es feiern. Dann können wir uns unterhalten oder so. Keine Ahnung. Wir werden schon was finden. Wir werden schon geile Sachen machen können. Genau, das war so das zweite Thema. Das dritte Thema. Ich habe jetzt Dark Souls 1 beendet. Dafür kommt der Dark Souls 2. Ich habe jetzt auch schon Outlast 1 beendet. Ja. Für euch noch nicht ganz beendet. Für euch wird das diese Woche beendet. Also, man guckt, wann ich die letzten Teile hochlade. Für mich ist es beendet. Da suche ich jetzt auch einen Nachfolger. Ihr wisst ja, ich habe einmal drei DayZ aufgenommen. Also, Breaking Point mit Turu, mit Grand Trip Bart und sogar mit Kevin.de. Und, ja, ich muss das noch schneiden. Und ich habe noch zusätzlich TTT, noch nicht ganz aufgenommen. TTT kann ich noch nicht sagen, dass ich das Ganze aufgenommen habe. Ich habe aber meine Truppe zusammen, mit denen ich das aufnehmen möchte. Da sind coole YouTuber auch dabei. Aber, ihr wisst ja, so sieben, acht Mann ist immer schwer, zusammen gleichzeitig online zu sein. Deswegen, das dauert noch ein bisschen. Aber wir werden da sicher noch Termine vereinbaren können. Und dann geht es auch mit... Wie heißt das Spiel nochmal? Gary Smott. Mit TTT, Trouble in Terrorist Town, geht es dann los. Deswegen, Leute, das war es soweit. Denkt dran, am 11. Mai ist Muttertag. Sollte, glaube ich, Muttertag sein. Zeigt eurer Familie, dass ihr sie liebt, vor allem euren Müttern. Und wir sehen uns vielleicht Samstag oder Sonntag. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!